Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen hier auf unserem Channel Black Pearl. Wie ihr wisst, ist heute die Season 5 rausgekommen und mit der Season 5 sind Golf Cards in das Spiel gekommen. Wir werden euch jetzt mal zwei Spots zeigen, die bereits schon auf der Karte markiert sind, wo sich Golf Cards befinden können. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir welche haben. Wie ihr seht, haben wir ein Golf Cards gefunden und im nächsten Clip werde ich euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie wir damit umgefahren sind. Teilet das Video mit euren Freunden, damit jeder mal die Chance hat, mit diesem Golf Cards zu fahren und jeder weiß, wo das Golf Cards ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.